In dem Modell der neuen Wohnungsgemeinnützigkeit, da kommen eine ganze Reihe von letztendlich Fördereffekten zur Geltung. Steuern werden nicht mehr gezahlt, also die Unternehmen, die neue Wohnungsgemeinnützige Wohnungen bauen, werden von der Steuer entlastet. Die sollen Grundstücke zur Verfügung gestellt bekommen über sehr günstige Erbbaupachtverträge oder durch Grundstückseinbringungen. Die sollen auf Eigenkapitalverzinsung verzichten, weil sie eben keine profitorientierten Unternehmen sind. Und wenn man das mit einer zinsfreien Darlehenssubventionierung verbindet, wie es in anderen Wirtschaftsbereichen auch üblich ist, dann kommt man bei denselben Bauleistungen ohne Abstriche zu machen in der Qualität oder im Standard von 10 Euro auf unter 5 Euro pro Quadratmeter netto Kaltmieter. Also genau die Art von Wohnung, die ganz dringend gebraucht wird in den meisten großen Städten. Vielleicht erstmal zur Abschaffung der damaligen alten Gemeinnützigkeit. Sie wurde ja im Paket mit der Steuerreform abgeschafft Ende der 80er, Anfang der 90er. Und es gibt auch viele Akteure, die sagen, wäre die Gemeinnützigkeit nicht in einem Paket abgeschafft worden, wäre das auch damals nicht durchsetzbar gewesen. Aber es gab natürlich sehr viele negative Kommentare auch vor dem Hintergrund des Skandals um die neue Heimat damals. Und die neue Wohnungsgemeinnützigkeit übernimmt Teile der alten, wie die Gewinnbeschränkung auf 4 Prozent, ist aber wesentlich zielgenau. Also die alte Gemeinnützigkeit hatte keine ökonomisch definierte Zielgruppe, sondern die Zielgruppe wurde lediglich über die Wohnungsgröße bestimmt. Es gab überhaupt keine Beteiligung der Mieterschaft. Wir sehen eine sehr relativ starke Beteiligung von Mieterschaft und Schaffung von Mieterräten, wie sie auch in einigen städtischen Wohnungsbaugesellschaften, wie beispielsweise in Gießen, schon praktiziert wird. Es gibt nicht diese strenge Baupflicht, dass die Unternehmen selber wieder in ihrem Unternehmen investieren müssen, auch wenn es beispielsweise gar keinen Bedarf an Wohnungen gibt, sondern wir sehen einen bundesweiten Fonds vor, mit dem es auch möglich ist, die Gelder in andere Regionen dann wieder zu transferieren, wo vielleicht sollte es irgendwann mal so sein, dass es keine Wohnungsnot oder Wohnungsmangel in bestimmten Gebieten gibt, das anderen Gebieten zugutekommen kann. Also ich würde sagen, die neue Wohnungsgemeinnützigkeit ist stärker ausdifferenziert als die alte, stärker regional, stärker auf die Zielgruppen. Was ist das Wohnungswirtschaftliche Verbände gegen die gemeinnützige Wohnungswirtschaft polemisieren, ist relativ naheliegend, denn Gemeinnützigkeit bedeutet Profitbeschränkung und die meisten von den Wohnungsunternehmen, Selbstgenossenschaften und auch die viele kommunale Wohnungsbaugesellschaften, haben sich ja in den letzten 25 Jahren zu Wirtschaftsunternehmen und marktorientierten Unternehmen entwickelt und Wohnungsgemeinnützigkeit heißt eine klare Fokussierung auf einen sozialen Versorgungsauftrag und das ist in den meisten Unternehmensüberlegungen und Philosophien sozusagen im Moment nicht drin und von daher werden eine Reihe von Polemiken und Argumenten vorgebracht und teilweise aber auch sehr unsachliche Dinge, dass beispielsweise gesagt wird, na wenn ihr die neue Wohnungsgemeinnützigkeit mit dieser klaren Zielgruppenformulierung jetzt durchsetzt, dann entstehen ja wieder Ghettos, ja aber die Ghettos, die da entstehen, das sind Ghettos für mehr als die Hälfte der Bevölkerung, also die Zielgruppe, die die neue Wohnungsgemeinnützigkeit ansieht, sind halt Haushalte mit durchschnittlichen, unterdurchschnittlichen Einkommen und das ist einfach die Mehrheit der Bevölkerung und da dann mit so polemischen Begriffen wie Ghettoisierung zu argumentieren, ist einfach unsachlich und von daher wünschen wir uns da auch eine eher sachliche Diskussion, eine Auseinandersetzung mit den tatsächlichen Modellen. Ja, wir denken, dass es mittlerweile mehr Befürworter der Gemeinnützigkeit gibt und weniger die Idee einer Einführung der neuen Gemeinnützigkeit pauschal ablehnen. Zum einen, denke ich, liegt es daran, dass die Vorstellung der neuen Gemeinnützigkeit konkreter geworden ist und nicht mehr so das Schreckgespenst der alten und eben, was der andere auch gesagt hat, der Ghettos, der Bevormundung der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft so stark ist, sondern dass man auch sieht, ja, das kann auch Spielraum für die jeweiligen Akteure bieten und wir glauben aber, dass es trotzdem sehr wichtig ist, dass die verschiedenen Befürworter, jetzt die Linke, die Rosa-Löckens-Buchstüpfschung, aber auch die Grünen und Teile der SPD zusammen an einem Konzept letzten Endes arbeiten und dieses voranbringen und auch die gesellschaftliche Diskussion zusammengeführt wird.